Streaming starten. Hm. Jutus, der funktioniert auch. Hm. Hm. Er sieht halt übel random aus, aber ist egal. Kannst du auf Bereitdrücken, ne? Oh ja, was mach ich? Jetzt hab ich gemacht. Jo, hat keine Bock Fortnite zu gucken, oder warum? Ah, weil ich den Stream auch privat habe, das wird sein. Wollte ich ihm sagen, weil der wird mir auch noch nicht angezeigt. So, jetzt soll es funktionieren. Ich glaube, also gleich halt. FPS, ah, geht klar. Am Modus wird halten. Der leckt gerade, glaube ich. Ahem. Ahem. Ahem, leck. Aber bei mir läuft alles bloß weg. Aber ich glaube, ich krieg keine Zuschauer bei Fortnite. Egal. Probier's einfach mal. Letztes Mal das Fortnite gespielt haben, ist auch schon wieder ewig. Okay. Okay, wir gehen. Okay. Hey, Mr. Kami. Hm. Oh, ich bin aber hoch. Oh, ich bin aber hoch. Okay. Oh, hier gehen dann wieder viele hin. Slurp. Slurp. Ja, ich halt schon boh. Willst du da ganz rechts L gehen? Ah, warte ich. Ich bin double L. Für die Pump geholt. Oh, jetzt keine Power-Attack. Oh, kommt perfekt. Direkter Heavy im Minis. Bei mir ist einer. Oh, ich schätze den Delay immer so falsch ein. Geh noch wieder rund. Oh, er hat mich fast gefippt. Nicht schlecht, aber nicht schlecht. Okay. Ich hab hier noch eingeholt. Wacht, es kommt noch welche, glaube ich. Warte mal, da ist noch drückend, komm ich, komm ich, komm ich, komm ich, komm ich. Das hat ja nichts hatte. Bist du es mit dem Jetpack? Bei mir sind. Nein, das sind über mir. Ich sehe sie. Ich ziehe ein. Ich hab ein B. B. D. 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 hat man hier unten voll viel leben ich habe jetzt zumindest jemanden bewegen wir kommen der wohns ist gar kein doppel von wer stimmt da kommt es nice aber ich hab nur Elf, Mets, was denn, ich hab' diese Farbe. Mets hab' ich auch hier. Ich hab' mir halt 100. Ey, die wüsste ich wohl nicht? Aha. Wir sind hier. Wir sind hier. Warte, ich hab' zu viel. Das ist nicht übel, oder? Oh. Hast du eine Taktik hier gehabt? Der, äh, kannst du ihn mir nicht mitnehmen? Ja. Na gut. Problem ist, dass Matt kippt mehr hat als Deins. Also Chat pack mal. Äh, ich hab' gerade komplett neues gekauft. Okay. Warum Netflix lief? Weil inaktiv. Oh. Ja, hier kommen wir mit der Pack. Ja, ich sehe ihn. Aber er checken sich nicht mehr. Er ist nicht der Beste. Ist schon. Aber er scheint noch mehr. Was kommt denn da weiter? Ja. Ich hab' den Dengel zu, er ist nicht sehr nötig. Ich hab' das für mich nicht. Wollen wir kurz zubauen? Oder schiebst du nicht? Komm mal rein hier, oder? Wenn die runterkommen und die fallen nicht mehr, dann… Ja, weil da ist ja eine da oben. Kann ich rausgehen oder nicht? Schwierig. Oder? Oh fuck it. Das wollte ich nicht. Nice. I'm very bummed. Oh. Wie weit will er denn weg? Oh. Ha. Hä? Manchmal ist dieses Gribbling echt komisch. Ja, man hat sich direkt den ab, ne? Ich hab auch 100 Lieden erhit. Hab ihn down. Ich bin gefinished. Was macht der denn da? Wo ist denn der? Er fliegt komplett weit weg. Wow. Ich guck einen neuen Gribbling. Meiner hat nur noch 2 länger. Meiner hat einen. Oh egal. Er hat jetzt recht geklärt. Willst du noch MC? Ja, tu ich. Nullt grad nicht. Heides, äh Legons, ähm. Monitorer. Wo ist der denn jetzt hin? Aber auch Loot Lake dahinten wird auch noch gefaltet. Wollen wir die holen? Ja, ich hab halt echt nicht viele Mets und... Ey, ich hab auch nicht so viel Staff. Soll ich. Ja. Loot Lake dahinten wird auch noch gefaltet. Wollen wir die holen? Ja. Ich hab halt echt nicht viele Mets und... Ey, ich hab auch nicht so viel Staff. Soll ich. Aber vielleicht bekommen wir die Staff. Ich hab noch was da ist. Der vollschweil hier. Ich brauch einen Gribbling, mich draufzulenken. Er ist noch nicht so ganz. Ich hab da nicht so viel gehört. Fuck, ich hab da nicht so viel gehört. gar keine Sitz mehr, warte hinter mir noch einer oh fuck keine Chance oder mehr hab ihn hab ihn da war noch einer, ganz oben ist noch einer ich komm ja auch nicht weg brauche die Mäh oh das ist ein Mad King Shark hat hinter mir da wird mich nicht weg ist ein feines Opfer alter hab so viel ist geteilt lass mal kurz mal in der Dings gucken vielleicht kommt die wieder hochgegiert das ist Trinity DJ Trinity, bist du mad weil er ein Klipp ist er hat sich voll bei mir entschuldigt ich hab unter seine Clips geschrieben und die Clips hast du am Back weil es immer nur eins oder zwei jetzt mehr gibt es aber keinen als ein Verbruch er hat sich erst mal entschuldigt wieso er spielt nicht mehr so viel er spielt nicht mehr so viel microphone muted hihihi 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 Dowager Oh was warum habe ich hier im flüssiger oder helfen sie mir ich will fort werden kein mein kupft ok ein bisschen mehr trotzdem aber leider sind wir beide warum liebsten davor da steht ganz komisch der standpunkt hat sich beim busfahrer bedanken dann kam der namen das ist nur für mich immer aber auch gegen die weiterleiten auferseben auf zeppel kommen ich gehe wieder hier durch fake bricks ja ich denke dass ich diesmal mitkommen unter mir ist eine eine kiste ja ich spiel nicht wichtig ist ein bisschen war schon für sieben achte ich muss zu erreichen das ganz klar dass dieser wuchs was man echt noch mit uns zu gibt wenn er wieder in die tote reingesprungen ist er hat auf jeden Fall nicht mehr so viel denke ich jetzt ja nicht mehr hier so wie ich das gehört habe jetzt über einen Schwerer ganz oben oder? ja ich brake ihn jetzt mies wo ist er denn? über mir alter das war so verwirrend ich war grad einfach nur kacke ein jetpack ist immer so ne sache oh warte ähm diese jetpacks früher habe ich das ne also als ich die das erste mal gespielt habe wenn ich dadurch einmal gestorben ist weil ich weil ich nicht gehofft habe wie lange die durch halten so hinterher ja das habe ich so oft deswegen habe ich jetzt immer also deswegen fliege ich nicht so durchgängig wie die ist wie jetzt halt dann ne ich mein cc hintergrund was für hintergrund mein cc desktop hintergrund so zumindest ein das 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 ich gehöre ich hab aber kein ich hab reingeschrieben war das dein der runde da war ein tipp also nichts gehabt eigentlich hat er nur ist fast ich weiß die kreis das wird lustig oh lecker da fragt jemand wie viele wins du hast keine ahnung ich spüre echt nicht nicht so sondern nicht aktiv aber ich spüre halt eigentlich schon eine ganze weile also ein paar hundert ich kann kann nicht rein schicken aber du hast 135 über die ganze zeit ich brauche nicht so viele ich habe 152 lust hab ich gesehen jetzt wird irgendwie ein bisschen zu ich wollte wenn du noch aufs ganze team gehen oh er hatte nur 30 ap was kann man mal eine runde normal durchspielen vielleicht mal eine runde leute moderat egal das läuft nicht mehr nachdem du den streamer gemacht hast das stimmt aber ja wieder vor zwei rund 20 kills ich bin egal ich muss echt mal challenges machen ich hab viel zu wenig die meisten challenges sind einfach 17 level höher als weil ich normal spiele die beste flugspur die du gerade reingemacht hast like man dann schwimmt gleich im stream oh was hast du dir Aufgaben nur gemacht ja nicht viel also die meisten die meisten Aufgaben sind zu sachen die du so bekommst wenn du spielst du musst du voll die aufgaben zu machen das hatten sie in einem tag habe ich alle habe ich drei aufgaben kommt jetzt gemacht weil ich gerade noch weiter ja muss ich eigentlich auch mal machen sonst hätte ich den bett was zu holen wenn man dann nicht spielt ich bin halt schon letztes mal ich habe gemacht dann nur 94 dazu habe ich dann aber halt auch nicht die ganzen stufen konflikt jetzt braucht man das ja auch nicht mehr machen das xp kann man ja noch danach farmen keine ahnung wo wir mit zu aber es ist ein normales duo ne ja also ein bisschen anders spielen diesmal ja ja mehr Metz farmen auf jeden fall ja gut Metz fand ich davor auch wichtig also übel wichtig oh man hängen gleich auf deine Hände gar nicht was wirst du gleich vor ich muss erst ich habe meine OBS hey kann ich in deine FL heiße IMGZNQLS oh ich habe es so eingestellt dass sie vorgelesen werden äh ja ich endlich oh fuck oh und dann mit den Saus hat die Gegner gewonnen ne 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 vergiss es tschüss ein bisschen problematik hier gerade ein bisschen down ein bisschen down ich glaube du hast einen Met geholt ich glaube du hast einen Met geholt der ist gestoppt der ist gestoppt der ist gestoppt hattest du nicht so viel bei mir high grappler soll ich zu dir kommen ja wir sind voll sicher ich habe keine moni mehr bei dir ich hab einen auch mit einem was hast du jetzt noch zu spät ich weil ich gerade hoch und oder und das ist der rö ach das ist eine neue feste ja so schlecht gerade er wird genockt von einer der auf dem port fort sind der ist alleine hier ja dann wenn leute da sind da oben war jetzt haben wir wieder pop modus spielen wir hatten wir das beste so was soll man mit spinn zeigen das geht nicht an der schweiß die maus Ich hab alles gut. Oh warte. Ich hab voll hier nicht Skins. Ja, ich hab mir nur einen Skin außerhalb vom Battle Pass getauft. Ich hab 15 Euro in das Spiel investiert. Und dann immer wieder... Was für ein Starterpaket-Skin? Was? Was für den Starterpaket-Skin getauft? Ah ja, von diesem Halo-Skin. Ja. Ich hab mir alle drei Starterpakete geholt. So, wir connect YouTube. Dann meine E-Mail. Nein, nicht ausgesickt. Zurück. Lass mal grisig aufgeben. Grisig? Wir spielen Pump-Modus, was zählt? So, dann gehen wir Pump. Ja, stimmt. Dankeschön an Z-Niklas oder so. End. Ja, ich werde dich enden. Weil ich wieder online bin. Oh, Tibi ist immer mir auf der Seite. Gelatet. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ich geh wieder hier in Standard. Oh, fuck. Der kommt. Gut. Aber er geht nicht zu meinem. Wo bist du hin? Dann komm mal zu deinem. Okay. Jetzt aber meins. Hier unten ran. Das war der normale Pump. Steps noch mehr, ne? Ich weiß. Ganz unten drin. Oh. Warte, komm mal her. Hier waren die gerade drin. Die sind rausgelaufen, ich bin sicher. Vor uns hier. Ich komm. Ich komm. Ich weiß, wir werden die Lockträte. Noch? Ich hab Ball überhaupt. Ich komm mal. Der schlechteste. Kannst du zu mir kommen? Ah, fuck. Kannst du wahrscheinlich nicht. Kann er sein Mate bitte erst hoch holen, bevor er mich finischt? Ja, er holt sein Mate hoch. Wenn du zu mir komm kommst. Lücker 5 Sekunden noch, bis er ihn hoch hat. Er ist hier drin, nicht bei mir, sondern direkt davor. Ja, er hat den hoch holt. 30 AP der andere hat. Weiß nicht, 60 oder so. Sie riften, sie riften. Komm rein. Sie kommen nicht direkt runter. Noch zwei Minis für dich. Ne, sie fliegen weg. Wir kommen nicht mehr hinterher. Ach man, ich hab die ganze Zeit viel ver... Ich hab eingebaut, ne? Oh, jetzt kommen wieder solche MC-Quitter, die vor einer Woche gepredet sind, sind jetzt raus. Boards machen zu müssen. Vor allem, ich find Fortnite echt auf dem gleichen Level wie MC, muss ich sagen. Boards machen zu müssen. Vor allem, ich find Fortnite echt auf dem gleichen Level wie MC, muss ich sagen. Oh, drei Leute. Okay, ich kann mal. Einer hielt sich gerade. Bitte. Kann man wieder. Danke. Fuck, er hat mich. Er wird mich finishen Nein, 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 Bro Nee, hab ich eingebaut Kann er doch nicht ernst nehmen Wo ist er? Ja, unter der Treppe Wie kannst du diesen Pump cooldown? Von 10 Minuten Leider keine Mets Gar keine Mets Oh, aber das ist gut Was hat es nun fürs Dorf? Hm, blaue Pump Doppelläufiger Doppelläufiger könnte ich gleich brauchen Hä? Ich muss mal so eine kleine Schnappel Ich glaube der Typ ist irgendwo noch wessen Oh, Nevermind Mindestens 2 Ah, der konnte noch einen Mähto Mal kurz ein Sneaky Zweikopf Er spielt erst wieder Minecraft Wenn die Spammer online ist Ist das ne Doppelläufiger oder? Ja, ist es Los Đestens Wie ist er nicht mit, Bro? Die Spammer Ist das nicht mehr Oh 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 So, ich bitte Metz kriegen, danke. Was ist denn eine Falle? Was ist das? Was ist das? Die hat gar nichts da. Da sehen die dich nicht. Weiß ich, vielleicht bin ich gerade unsichtbar oder so. Ich glaube, ich bin alle bei dich rüber. aber brauchen sich hier auch keine Deckung. So. Möchte den hier noch gebrauchen. Doppelläufiger hat mir gar nicht den Arsch gerettet. Zwei sind mir zu wenig. Habe ich nicht Fallen eingesammelt? Ah ne. Metz habe ich gut. Ja, jetzt brauche ich nur noch ein bisschen AP. Und ein teammate. Ja, ein teammate wäre auch super geil. Aber der ist ja so schlecht und steckt die ganze Zeit. Da ist er. Oh. Der war mein. Gegner ist auch okay. Schreiben alle genauso gut im MC. Also gar nicht genauso gut im Frockett wie ein MC. Na nicht ganz. Okay, vielleicht auch. Ja. Hm, will ich noch einen nehmen. So. Ein Winnie oder ein Matkid? Matkid er, oder? Winnie. Jo. Ah, okay. Hätte ich mir vielleicht in einem Frockett im Arsch. Ja. Und das ist ich hier? Ja. Ich glaube, wenn die Hacke noch mal in den Shop kommt, hole ich mir die auch. Fällt dir halt geil, weil ich zu klein bin. Oh. Obwohl ich eigentlich keinen Hacken mehr brauche, davon habe ich genug. Jetzt habe ich mir fünf Stück von gekauft. Nö. Na, jetzt aber. Soll ich von Taki einstüpfchen, soll ich mich gar machen? Ja, ich würde es machen. Oh, ich muss noch ein bisschen laufen. Ist halt geil, dass man in den Modus so mobil ist. Wir müssen nur noch so, obwohl Bouncern fallen, dann sage ich auch nur. Wir müssten Double Pump wieder rein. Ich glaube, na obwohl jetzt, nachdem ich ein bisschen gespielt habe, so Double Pump wäre halt echt. Geil. So anstrengend in Teamfights. So, weil du. Das ist anstrengend, wenn da alle Leute mit Double Pump auf dich kommen, aber trotzdem. Ja, so. Hier hast du halt noch eine Chance, selbst gegen gute, gegen gute Teams, als du. Aber mit Double Pump könnten die dich halt so wegficken. Hier kannst du halt immer so einen Shot geben, hinter Deckung, dann wieder einen Shot. Das finde ich irgendwie nicer als. Oh, jetzt. Jetzt kommen Leute in den Stream, die meinen, mich ist weggesät. Weggesät für den Fortnite? Nee. Im Fortnite Stream-Frame-Speed. Er cheatet jetzt absoluten MC, das war der C, du Opfer. Das ist 3-Kil. Ja gut, haben wir schon 10 Kills. Bei nur 20 Cent drinnen. So, dann haben wir noch einen Rift, das hab ich nicht übersehen. Der Typ schreibt Fortnite Sound zu laut und wir zu leiser. Äh, ja Fortnite Sound sind teils zu laut wie du. So, aber ich kann die nicht leiser patchen, ohne dass sie für mich selbst leiser sind. Und ich muss diese Lotto rücken. Oh. 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 Du hast ja dann kein Hack. Oh. Oh. Mal sehen sie sich irgendwo gegen. Achtung, aber ich glaub das ist von diesem Yoser nicht ganz ernst gemeint. Also von diesem Pharex ist das. Ah, vom Yoser nicht. Weiß nicht wer Yoser ist, aber den sehe ich übel aufstehen in den Kommentaren. Dieser Pharex meint das safe ernst. Okay, okay. Obwohl dieser Yoser kann es auch ernst meinen, der hat irgendwie was gemerkt. Ich hab geschrieben Achtung, 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 Achtung. Ja. Ding ist sehr ironisch. Vielleicht doch nicht. Immer aufpassen. So hol ich mir noch die Kiste da. Hey warte sind das hier, ah ne. Oh. Gut, kann sagen wir aus dem Gegner. Oh, die Schreiber. Können wir einfach alles mehr gerne. Versuch zum Rückruf zu kommen. Bin dabei. Puh. So. Wie mach ich das jetzt? Und jetzt weg mit dir. Einer kommt mir hinterher. Vielleicht schaffen es nicht alle. Ich glaub es schaffen nicht alle. Ja, es hat nur einer geschafft. So, ich lock ihn mir, ich lock ihn hinterher. Wir haben es gleich mal. Wo lande ich, wo lande ich? Ja, ich kann sie so verzeigen. Warte, ich branke ihn jetzt. Geil, wo lande ich so was. Nein, bitte komm noch rauf. Nein, 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 nein. Habt ihr habt euch. Ja, ich hab, du weißt nicht. Wenn ich, äh, wenn ich switchen will, zwischen mein, mein, meine ganze Malplattform und diesen, und den Van, dann dauert das immer schon irgendwie. Hast du Hotkeys? Ja, schon, aber ich, ich hab Razer Cinema 3.0 und irgendwie dauert es da länger. Aber ich kann nicht mit 2.0 spielen, weil sonst kann ich meine Profile nicht richtig spielen. Boah, es ist F1, Q, F3, F4. Ja. Ja, ja, aber F3, äh, F1 und F3 hab ich mir halt auf die Maus gelegt, so auf die beiden Tasten. So. Hm, äh, äh, können wir jetzt TWS spielen? Ja, warte, ich geh mal kurz hoch zu Taki. Ah, f1. User left your channel. So, wir kurz mal den Chat lesen. User joined your channel. Er sagt, Mats kann spam oder wenn Leo kommt Leo. Ah, dann kann ich halt nicht streamen, weil sonst Crashman MC wenn ich streamen. Ich frage mal, wenn ich mit der AC aufnehmen möchte, hab ich immer so eine DPI von 10.000 auf einmal. Ich kann, ich kann aufnehmen mit der AC so. Aber irgendwann Crash ist, also manchmal Crash ist auch. Aber streamen Crash ist übel, überschnell. Okay, keine Ahnung. Und dann mit dem 1, Max? Ich weiß nicht, welchen da meinst du Spam? Ja, ja, Pascas meint der, oder? Komm einfach hoch, Channel. Okay, ähm, Jungs, danke fürs Zuschauen. Ja, ich würde gerne MC streamen, aber es klappt halt nicht der Crashman PC. Sobald ich das gefixt bekomme, werde ich auch öfters im PC streamen. Ja, danke an die, ja, konstant 30 bis 40 Zuschauer bei Fortnite. Und schau, man sieht sich. Und den Donator werde ich noch adden, glaube ich. Ja, haut rein, Jungs. Jungs, dann. Du willst mir nicht mehr habt. Du Gottes